Hallo Leute, so, kurze Pause, weil der werte Herr Deine Song, warum Deine Song, musste sich bewegen und musste die Stromversorgung meiner Festplatte kappen, deswegen, oh nein, nein, hab ja ein bisschen was verpasst, und zwar ging's ums Thema nackt, dass ich nackt wäre und er was verpasst hätte, weil irgendwie hätt ich was an, hab ich auch, aber ich wollte nur ein bisschen die Spannung heben, nehm ich überhaupt auf, ja gut, ich nehm auf, was hab ich gerade überlegen, hab ich überhaupt die Taste gedrückt, warum malst du solche Sachen, warum nicht, ja, auf jeden Fall sind die letzten zwei Dateien kaputt, die wollten nicht mehr mitspielen, deswegen, ähm, ja, also ist nicht viel passiert, ich hab mir ein bisschen Schokolade geholt, hier sind viele fucking Spinnnester, es wird gleich dunkel und ich sollte mich beeilen mit dem Gold aufheben, glaub ich, guck mal, liegt einfach so Gold rum, weißt du, die ganze Zeit so hack ich Steine, und jetzt liegt dieses fucking Gold einfach nur hier so rum, das ist doch scheiße, ist das doch, ja, ich glaub, du sitzt jetzt auf der falschen Seite, jetzt hört man dich bestimmt voll schlecht, kann man mich hören? oh, jetzt hab sogar ich dich gehört, so oft war das, in den Kopfhörern, ja, Donutshell, Donutshell, das ist das geilste Video, guck bei meinen Favoriten vorbei, ob auch wieder so ein Wort, was ich aussprechen kann, verlinkst du auch direkt in der Beschreibung, das ist so toll, ich liebe es, ich könnte jeden Tag gucken, wer Sinanas kennt, der weiß, was wir meinen, ja, wenn man es kennt, Sinanas, es wird gleich dunkel, kann ich mir überhaupt ein Feuer machen? Nö, nur eine Fackel, laufen wir mit einer Fackel dann zurück, solche sind gerade Eier und so, halt die Schnauze, du blöder Vogel, du, du warst, wenn du ein Vogel bist, du hast ein ansatzweise Flügel, mach mir jetzt eine Fackel, und gucke, dass ich hier vielleicht noch ein Ei finde, keine Eier für mich, wie viel hat so ein Ei gebracht, über 100 glaube ich, oder genau 100, ähm, nee, ich glaube 70, oder, wir können ja mal testen, wie es ist, wenn es ein Spiegelei ist, bis 100, keine Ahnung, nee, warte, 30 hatte ich und, bisher an die 30 hatte ich, glaube ich, ich weiß auch nicht mehr, egal, ich habe mir noch eine zweite Fackel gemacht, weil es die einen gleichen Geist aufgibt, währenddessen nicht zu meinem, Lagerfeuerlauf, Deine Show, Deine Show, toll, toll, ich bin auch ein Dino-Harm, ich bin auch ein Dino-Harm, und dann sagt er, ich kann wiedersehen, yay, aber das Spiel ist cool, vielleicht hole ich mir das Spiel noch, so schön bei Steam, alles im Angebot, alles kaufen, arm werden, und dann wieder YouTube-Money verdienen, sagst du, sag ich, obwohl jetzt bist du ja dabei, jetzt kann ich ja meine Videos auch ein bisschen verkaufen, kannst du es bei mir hochladen, äh, nein, oh, stimmt, dann würde ich das Geld kassieren, dann kriegst du Geld, wegen meinem Tittenbonus, das geht ja mal gar nicht, oh, Tittenbonus, boah, Pädodou, was hat das mit Pädodou zu tun, du bist älter als ich, ach ja, musst du das jeden auf die Nase binden, ja, wenn du sagst, ich bin Pädodou, schon, schlimm sowas, total schlimm, total unausstehlich, probier mal, wie es ist mit einem Spiegelei, oh, scheiße, ich wollte doch den Unterschied sehen, und wollte nicht beide, achtzig, so ein bisschen Gold rein, ich schaue jetzt einfach ganz dreist ein YouTube Video, während du ein YouTube Video machst, bis zu du, ey, das wurde auf Twitcher, 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 ich weiß schon nicht mehr was erzählt, ja, hab wieder gesorgen, ja, Apfel schon, da liegt Schokolade, wir sind bei Tag 8, so, jetzt haben wir 442, wollen wir uns jetzt vielleicht irgendwas zulegen, irgendwas, Hammer, machen, machen, das, Britta, Hot Stone, so, das war ein dores Video, so, ähm, ja, du spielst immer noch, Dingens, das ist eine Falle, ja, die für den Hasen habe, der da in dem Loch sitzt, und eben nicht mehr rauskommen will, du matschst meine Schokolade breit, Entschuldigung, ich hab nicht gedacht, was denn, da war ich doch gar nicht dran, doch, es war hier, und mein Bein ist hier, ja, ja, klar, trotzdem sollst du keine Schokolade fressen, sondern, let's playen, ja, Aua, die schadet mich, die hab ich geschlagen, Polizei, Hilfe, das ist weggerannt, oh nein, oh, ich brauch halt irgendwas essbarisch, was, doch gar keinen Hunger, ja, weil ich gerade alles essbare, was ich hatte, fast gegessen hab, ja, aber jetzt hast du keinen Hunger mehr, da ist ein Wien-Ding, Examine Beehive, Examine, ja, jetzt siehst du, oh, als ich vor den langen Bart hab, jetzt ist es wirklich so Rope-like, oh, geil, wie ich gesagt hab, wenn du die Achse wegpackst, äh, pack mal die Achse weg und klick da noch, dann ist das immer noch so, mhm, ja, dann guckt er, sagt er nur irgendwas dazu, ja, und, aber du attackst es nicht mehr, ja, und, ja, und, ja, weil du immer denkst, du musst recht haben, nur weil ich immer recht habe, nee, hast du gar nicht, meistens, äh, nein, er hat nicht recht, nein, egal wie leise du das sagst, damit es keiner hört, du hast nicht recht, ja, eigentlich wollte ich nicht so leise sagen, damit es keiner hört, ich hab mich dran gedacht, ja, du redest immer leiser, glaub ich, in dem Video hört man dich schon gar nicht mehr und alle denken, boah, mit wem redet die verrückte Alte da, eine lange Aufnahme, ja, sag doch meine, ähm, Dingens, ich hab schon wieder vergessen, was ich gesagt hatte, meine, 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 man weiß schon, was willst du mir mit deinem Gebrabbel gerade sagen? Nix, ist egal, ja, willst du ja öfter mal nichts sagen und fängst an zu reden, kenn ich ja gar nicht anders von dir, oh, und kaputt die Axt, ach, das ist eine neue, ich hab nicht mehr viele isstbare Sachen, guck mal, wir sind schon bei Tag 9, wow, wie viel ist dein Rekord? 9, ja, siehst du mal, wenn du dich dabei hast, ist alles besser, wahrscheinlich wär's, wahrscheinlich wär's nur noch besser, wenn du spielen würdest, ja, das sowieso, ich bin pro-gamer an allem, ja, ja, okay, soll das jetzt heißen? Nichts, ja, das hab ich doch, ich hab nur mal wieder ein bisschen mehr was zu lachen, in meinem Leben, so, ne Sache, an die werde ich mich immer erinnern und werde immer ein bisschen anfangen können zu schmunzeln, wie du so gerade gesagt hast, ich bin pro-gamer an allem, akzeptier's einfach, mhm, naja, irgendwann, mal, später, und was bin ich kein pro-gamer? ja, zum Beispiel, weil willst du es wissen? ich weiß es einfach, wo bin ich jetzt, wüste oder was? ist die Frage, ja, ich weiß es einfach, äh, Mädchen wissen alles, ja, ist so, nein, sie glauben alles zu wissen, nee, wir wissen einfach alles, nein, doch, nein, weißt du, du sagst jetzt nur, du hast nur so ne große Klappe, weil ich dich gerade nicht schlagen kann, ja, genau so ist es, aber du weißt hoffentlich, dass man das alles gleich nach der Aufnahme nachholen kann, ähm, die Aufnahme wird nie enden, weil, du so gut in dem Spiel bist, dass du nie sterben wirst, achso, dann wirst du, viel Energie wert, jedenfalls für mich, das stimmt, ein Hase, vielleicht sollte es auch ein Dinosaurier werden, deswegen hat es Hörner, da ist es, boah, dieser Bart ist schon episch, ja, ob der an seinem eigenen Bart sterben kann? Weiß nicht, umsonst gibt es ja bestimmt nicht die Option, dass man sich rasieren kann. Oh, Spinnnest, weil ich glaube, höher als drei Etagen wird so ein Spinnnest nicht. Es wird gleich dunkel. Boah, was ist das? Töte es. Ähm, nein, es ist groß. Ja und? Wie ist das Angreifer greift mich das bestimmt auch an? Wir machen das, wenn wir Tag 11 erreicht haben. Warum Tag 11? Ich weiß nicht. Dann bin ich imstande dazu, dass ich mich töten lassen könnte. Pick up on the menu. Ich muss probieren, ob ich es anzünden kann. Ich muss jetzt mal. Oh, scheiße. Wow. 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 Was machst du noch so einen Blödsinn? Ganz im Ernst. Nee, ey. Das ist auch noch Ende. Das ist einfach stehen geblieben. Ja, ist auch besser so. Das auch. Oh mein Gott. Das will dich töten. Das ist einfach so ein Blödsinn.